Dividenden sind die Möglichkeit, wie du ein passives Einkommen generieren kannst, wie du überhaupt zu Geld kommst, mit Aktien, ohne die Aktien zu verkaufen. Es gibt noch so ein paar exotische Sachen, wie es Stillhaltergeschäfte oder die eigenen Aktien zum Nährverkauf anbieten. Aber erstens sind damit entweder Risiken verbunden oder Risiken und ein gewisses Wissen. Also Dividendenaktien sind wirklich sehr gut und was man bei Dividendenaktien beachten sollte ist, je höher die Dividendenrendite, mit der du bei Dividendenaktien einsteigst, ausfällt, umso höher ist dein Cashflow. Und die Dividendenrendite schwankt genauso wie der Aktienkurs relativ stark. Wenn der Aktienkurs fällt, steigt die Dividendenrendite und das kann natürlich ein Warnsignal sein, fallende Aktienkurse, dass eine Dividendenkürzung voraus ist. Aber bei Qualitätsaktien kann es auch oft sein, dass der Aktienkurs fällt, die Dividendenrendite steigt und im Nachhinein erweist sich das als ein sehr lukratives Investment, wo man einfach mit einer höheren Dividendenrendite einsteigt. Herzlich Willkommen meine lieben Aktienfreunde bei Dividendenaktien mit Rabatt. Wir gucken uns drei Aktien an, drei Qualitätsaktien, die momentan mit einer außerordentlich hohen Dividendenrendite glänzen. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht oder wie ihr das finden könnt. Nämlich wir haben hier den Dividendenturbo und es gibt ungelogen so viele Aktien, auch weiterhin hochwertige Aktien derzeit. Wir sind ja noch in einer Marktphase, die ein bisschen gestresst ist, wo es auch unten gegangen ist. Es gibt so viele Dividendenaktien mit einer relativ hohen Dividendenrendite oder einer deutlich höheren Dividendenrendite als im Schritt der Vergangenheit, was man schon gar nicht mehr weiß, was man kaufen soll. Allein wenn wir uns deutsche Aktien anschauen, ich habe schon überlegt, ob ich ein Video machen soll. Vielleicht mache ich das Spiel noch, Deutsche Dividenden, Power, Allianz, BASF, Deutsche Post, Vielmann, Fresenius, SAP, Volkswagen, Vonovia und viele andere. Könnt ihr sehen, dass sie eine deutlich höhere Dividendenrendite haben als in der Vergangenheit. Wie findet ihr das selbst raus? Wir haben hier den Dividendenturbo, den könnt ihr euch auch schon kostenlos testen. Ich verlinke das unten und dann seht ihr hier beispielsweise, mit wie viel Prozent Dividendenrendite die Aktie momentan mehr ausschüttet, als im Schnitt der Vergangenheit, im Durchschnitt der letzten 12 Monate, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Und ihr seht das Ganze auch grafisch hier, das ist 1 und 1, gehen wir mal auf was, wo die Qualität eher Richtung hochwertig geht. Da seht ihr zum Beispiel ein Klassiker, 3M, aktuelle Dividendenrendite liegt bei 4,8 Prozent. Und ihr könnt dann hier sehen, wie es in der Vergangenheit ausgefallen ist, hier die Dividendenrendite der Vergangenheit, diese blaue Linie und hier dann der Korridor auf 5 Jahre beispielsweise, auf 5 Jahre des Mittels 3,1 Prozent, also deutlich höher. Keine Sorge, 3M kommt diesmal nicht in dem Video vor, machen wir mal wieder ein andermal. Wir fangen an mit und da habe ich eine kleine Watchlist gebastelt. Hier ist der Merkzettel, Lenovo, Stanley heißt er und Securitas, das ist nicht ein Unternehmen, es sind drei. Lenovo, Stanley, Black & Decker und die Securitas. Wenn ich das hier anwende, dann seht ihr hier im Dividendenturbo gleich, dass deren Dividendenrendite deutlich höher ausfällt, als im Schnitt der Vergangenheit, bei der Lenovo Group beispielsweise gibt es jetzt 2 Prozent fast mehr, als im Schnitt der letzten 12 Monate nur und bei Securitas 1,1 Prozent und bei Stanley 1,5 Prozent mehr. Würde ich vorschlagen, schauen wir uns die einzelnen Aktien mal an, fühlen ihn auf den Zahlen, was da so passiert ist und ob das tatsächlich jetzt lukrative Investments für dich als Dividendeninvestor sind. Dafür wechseln wir das Ganze, gehen jetzt direkt in den Aktienfinder rein, wo wir die komplette Fundamentalanalyse machen können. Da hole ich mir jetzt einfach denselben Merkzettel, da ist er auch schon, wende das Ganze hier an und haben wir wieder hier die drei Aktien. Man sieht auch schon am Ranking, dass es gar nicht so schlecht ausfällt, das ist hier das Dividendenwachstumsranking. Wir könnten auch hier auf Dividendenertrag gehen, das sieht man dann hier auch. 98, 99 Punkte und 77 Punkte bei Stanley Black & Decker. Mit Stanley fangen wir mal an, Black & Decker, Black & Decker, Black & Decker, Black & Decker, das war doch dieser Slogan da von denen gewesen. Und dann gehen wir hier auf den Dividendenturbo und da sehen wir nochmal das Ganze, was wir in dem Tool Dividendenturbo auch gesehen haben, nur ein bisschen größer und hier ist die Dividendenrede extrem angestiegen, würde ich sagen. Aber man liegt momentan bei 3,6% in der Vergangenheit, gab es deutlich weniger, auch wenn ich noch weiter zurückgehe. Hier während der Finanzrisik, ganz kurz ein bisschen mehr, aber jetzt ist es ja schon absolut überdurchschnittlich. Ist es eine Qualitätsaktie, ja oder nein, kann man relativ schnell feststellen. Wenn man einfach mal hier in den Qualitätscheck wechselt, guckt man sich mal die langfristige Gewinnentwicklung an, sieht man, dass es immer wieder, dass es ein bisschen holpert. Man hat also schon langfristiges Gewinnwachstum, aber ab und zu geht es relativ stark zurück. Man sieht dann auch hier, dass die Margen relativ stark schwanken. Man sieht auch hier, dass Zughäufe getätigt wurden. Stanley Black & Decker ist ein Unternehmen, das immer wieder was zukauft und verkauft. Hier ist mal ein großer Kauf gewesen zwischen 2009 und 2010. Mach es so arg ins Detail, möchte ich gar nicht reingehen, beziehungsweise was uns ja vor allem interessiert ist, ist, was passiert denn momentan gerade, nämlich bei Stanley Black & Decker ist die Dividendenregie so hoch, weil der Aktienkurs so stark gefallen ist. Von 216 auf 90, sogar unter 90 US-Dollar ist die Aktie gefallen, entsprechend hoch. Die Kursverluste, die man da oben gekauft hat. Ja, ich würde, Stanley, ich nenne es jetzt nur noch Stanley, ist ein Corona-Profiteur gewesen und jetzt normalisiert sich das Geschäft erstmal, das heißt der Do-It-Yourself-Boom normalisiert sich nicht nur, sondern wir haben ja jetzt auch Rezessionsängste, also schwächere Nachfrage, das Geld wird eher zusammengehalten und dann haben wir auch noch Lieferschwierigkeiten bei den Lieferkettenproblemen, sodass dann die Top-Produkte teilweise abverkauft werden und dann nicht mehr im Handel sind. Das hat Stanley bereits mehrere hundert Millionen US-Dollar Umsatz gekostet in den letzten Quartalen. Und das führt natürlich zu operativen Problemen, Kostendruck und schwaches Konsumklima, könnte man sagen. Mit einem Problem, ein zusätzliches ist, dass so ähnlich PayPal zum Beispiel lässt grüßen, das Management jetzt mehrfach hintereinander die Prognose hat einkassieren müssen. Das ist natürlich dann nicht gut für das Vertrauen der Aktionäre und beschleunigt dann eine solche Talfahrt. Tatsächlich ist es jetzt so gewesen, dass im April bereits das Management die Prognosen einkassiert hat und dann nochmal im Juli einen draufgesetzt hat mit der Aussage, dass sich der Absatz überraschend angefangen im Mai verschlechtert hätte, Mai und Juli und das in dem Segment Tools, also Werkzeuge und dafür ist ja Stanley in erster Linie bekannt, und dann machen es auch die meisten Umsätze, das sieht man hier bei den Segmenten, gibt es ein Segment Tools & Storage, dass hier die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 16% eingebrochen sind. Das hat natürlich alles die Stimmung vermiest und hat dann dazu geführt, dass wir hier entsprechend so hohe Kursverluste haben. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die Dividenden sicher, sind die Kursverluste übertrieben und ist es eine günstige Einstiegsgelegenheit? Sind die Dividenden sicher? Da kann man einfach mal hier reingehen und sich dann hier den Gewinn und den freien Cashflow anschauen. Man sieht hier, dass wir bezüglich dieses freien Cashflows momentan einen Rekordausfluss haben. Das muss man sich nochmal im Detail angucken, was es ist. Habe ich nicht getan. Bezüglich des Gewinns sieht man, dass wir jetzt hier einen relativ starken Einbruch auch haben beim Gewinn. Da ist das Schlimmste noch nicht überstanden. Das hier sind die letzten vier Quartale. Da ist die Dividende noch gedeckt. Laut den Analysten wird es noch weiter nach unten gehen. Und zwar wird dann die Dividende, Moment, wollen wir mal gucken, was hier der Tooltip sagt. Hier ist er, die Dividende nicht mehr gedeckt sein, aber es soll sich wieder schnell erholen. Das ist natürlich jetzt das große Fragezeichen, ob das, was die Analysten hier prognostizieren, der Wahrheit entspricht oder nicht. Wir sehen hier auch, möchte ich mal ganz kurz gucken, was die Bilanz hergibt. Wir haben hier Cash in Höhe von unliquiden Mittel, von knapp 300 Millionen Euro, aber Dividenden, Ausschüttungen gehabt auf den letzten Quartale, fast im Wert von einer halben Milliarde. Das heißt, auch aus der Portokasse können die Dividenden nicht bezahlt werden. Das heißt, ich sehe die Dividenden bei Stanley nicht als sicher an, wenn ich einfach nur das sehe, obwohl wir einen Dividendenaristokrat haben, der die Dividenden seit 55 Jahren am Stück gesteigert hat. Es hängt wohl damit zusammen, ob die Zukunft, ob die Dividende gekürzt wird oder nicht, wie es mit dem Konsumklima weitergeht und ob er in der Rezession schlittert oder nicht. Ich würde Stanley jetzt nicht als sicheren Dividendenzahler ansehen, tatsächlich. Das kann den einen oder anderen natürlich definitiv abschrecken, wenn ich das sage an der Stelle. Ich gebe keine Kauf- und Verkaufsempfehlung ab. Es ist aber noch nicht die komplette Rundumsicht, um zu entscheiden, ob die Aktie ein attraktives Investment ist. Wir fokussieren uns hier in erster Linie auf die Dividende, aber wir wollen ja auch gucken, wie hoch die Renditeerwartung in Summe ist und dafür brauchen wir die dynamische Aktienbewertung. Und hier gibt es dann noch einen Unterschied zwischen dem bereinigten und dem bilanzierten Gewinn. In erster Linie führen Abschreibungen dazu, dass der bilanzierte Gewinn stark nach unten geht. Wir nehmen den bereinigten Gewinn, den operativen Geschäftsverlauf, besser widerspiegelt. Man sieht auch, dass er den Aktienkurs sehr schön widerspiegelt. Immer wenn es nach oben geht, geht es prinzipiell auch mit dem Aktienkurs nach oben. Ausnahmen wie der Corona-Crash bestätigen die Regeln. Und umgekehrt. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir schauen mal jetzt, was die dynamische Aktienbewertung als Tool hergibt. Das sehen wir hier. Wir können auch noch ein bisschen längeren Zeitraum, denke ich, nehmen. Ändert sich kaum was. Man sieht, dass die Aktie als über, als unterbewertet war. Wir sehen auch hier eine gewisse Punktlandung bezüglich der Prognose. Also wir haben hier, das ist der faire Wert, basiert auf den letzten vier Quartalen. Dann, laut ihm wäre die Aktie 144 US-Dollar wert. Der aktuelle Aktienkurs ist gerade bei um die 90 US-Dollar, was eine starke Unterbewertung wäre der Aktien. Der Markt nimmt hier aber ganz offensichtlich die Analystenschätzungen auch vorweg. Also sie gehen hier konform sozusagen, Analystenschätzungen und der Markt. Und wir sind hier dann bei einer Punktlandung. Weil hier wäre dann der faire Wert bei 87, 88 US-Dollar. Also nahezu beim aktuellen Aktienkurs. Jetzt ist noch die Frage, wenn wir jetzt dann eine Erholung haben, wo liegt dann der Aktienkurs, wo liegt dann der faire Wert? Und was für ein Renditepotenzial ergibt sich dann? Und das können wir ja schon schauen auf das nächste Geschäftsjahr. Da wäre nämlich dann der faire Wert unter Annahme einer Erholung bei 107 US-Dollar, was einer Rendite entspricht einer jährlichen, also aufs Jahr von 18,1%. Davon ungefähr ein Fünftel durch Dividenden und der Rest wäre ein Kursgewinn. Jetzt kann man noch ein bisschen näher reinzoomen. Man kann hier noch etwas feintunen. Man kann sich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte hier den faire Wert nach unten korrigieren. Ich lasse ihn nicht auf dem durchschnittlichen KGV beruhen, sondern gehe von dem durchschnittlichen KGV mit 15,8 zurück zum Beispiel auf 12. Und dann hat man natürlich schon entsprechend ein ganz anderes Ergebnis. Das kannst du jetzt mit dem Feintuning machen. Ich muss mir mal überlegen, wenn ich hier die Wachstumsraten sehe, dass beim bereinigten Gewinn bei der Prognose, da würde dann die, weil wir momentan im Loch sind, die Aufholung relativ stark sein. Das wären dann Wachstumsraten von über 20% tatsächlich, die deutlich über dem wir in der Vergangenheit liegen. Deshalb würde ich an der Stelle hier überhaupt keine Korrektur machen, sondern das nehmen, was wir im historischen Mittel von der Bewertung haben, würde ich an der Stelle für gerechtfertigt halten. Also insofern wäre die Aktie tatsächlich, und das mag überraschen, obwohl die Dividende nicht in Stein gemeißelt ist, also sie ist aus meiner Sicht nicht sicher, dennoch ein Kauf, weil die Renditeerwartung entsprechend hoch wäre. Aber man muss natürlich daran glauben, dass das Management jetzt richtig liegt mit dem, was sie tun. Sie haben unter anderem auch den Fokus auf 2 Milliarden Dollar Kosteneinsparung im Bereich der Logistik und der Produktion. Da muss man halt ans Management glauben und man muss daran glauben, dass wir an der Rezession entsprechend vorbeischlittern. Dann könnten die Analystenschätzungen auch so eintreten. Dann wäre die Aktie definitiv lukrativ und in diesem Fall würde auch die Dividende sicherlich weiter bezahlt werden und nicht gekürzt werden. Hier sind wir nochmal bei den Multiples. Da sehen wir auch nochmal, dass die Aktie relativ günstig ist. Wir haben ja einen KUV von 0,81. Das heißt, man bezahlt 81 US-Cent für einen Dollar Umsatz. Es gibt auch noch andere Aktien in derselben Branche. Zum Beispiel Atlas Copco wäre eins aus Schweden. Man sieht, die sind deutlich teurer, deutlich, deutlich teurer. Und es gibt noch eine andere. Es gibt mehrere, aber wir nehmen jetzt mal die. Techtronic Industries beispielsweise. Die sind etwas günstiger vom KUV, aber immer noch deutlich teurer als Stanley Black & Decker. Interessant jetzt, wenn wir vom KUV umschwenken auf das bereinigte KGV, da sehen wir, dass die sich angleichen plötzlich. Da ist dann Stanley Black & Decker gar nicht mehr so weit entfernt von Techtronic Industries. Atlas Copco ist immer noch teurer. Wie kann das sein? Hängt damit zusammen, dass bei Stanley ganz offensichtlich die Margen niedriger sind als bei den anderen beiden. Und deshalb, ja, das kann man alles dann im Detail anschauen. Ich möchte da nicht so arg ausschweifen. Es gibt aber, wie ich sagte, auch schon hier Alternativen, die dann auch Dividenden ausschütten. Alternativen gibt es hier beispielsweise auch für Lenovo. Und das wäre dann die nächste Aktie, die wir uns anschauen. Da gehen wir auch erstmal in den Dividenden-Turbo. Und da sehen wir, dass die momentan eine Dividenden-Rendite von 5,9%, also knapp 6% ausschütten. Und das hat immer mal wieder erreicht. Und dann plötzlich geht die zack, die Dividenden-Rendite ab. Und dann geht es wieder nach oben. Hat selbstverständlich mehr auch mit der Kursentwicklung zu tun. Mal geht es nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, etc. Und wir haben hier lächerlich, das erscheint jedenfalls so, lächerlich günstige KGVs, fast von unter 5. Kennt man sonst eher von deutschen Automobilbauern bei entsprechend hoher Dividenden-Rendite. Worum geht es bei Lenovo? Lenovo ist der weltgrößte Produzent von PCs, Laptops, etc. Macht auch Smartphones. Waren auch, genauso wie Stanley Black & Decker, ein Corona-Profiteur. Wir hatten ja ein PC-Wachstum von um die 15%, nachdem es ja lange Zeit geschwächelt hat, im niedrige einstelligen Bereich, im Jahr 2021. Es gibt hier auch von Kennerlis hier, sowas wie Gartner, Marktforschungsinstitut, nochmal Zahlen, die auch nochmal belegen, dass Lenovo die Nummer 1 ist, vor beispielsweise HP, Dell, Apple, Asus und anderen, ja, wollen wir es PC-Produzenten nennen, Apple-PC-Produzent, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber ihr wisst, was ich meine, also Hardware-Verkäufern, können wir mal so ein bisschen neutraler ausdrücken. Der Marktanteil ist etwas geschrumpft bei Lenovo. Dell hat beispielsweise jetzt gewonnen, hat mit dem Chromebook beispielsweise auch zu tun oder stark zu tun, was starke Umsatzzuwächse hatte während der Corona-Pandemie und jetzt dann aber dann einen Umsatzeinbruch erlebt hat. Also jetzt hat es weniger damit zu tun, dass die Unternehmen jetzt im Rückwärtsgang sind, sondern es hat eher mit einzelnen Marken und Saisonalitäten, sage ich mal, zu tun, was sich gerade abverkauft hat im Zuge von Corona. Lenovo, machen wir mal hier einen Qualitätscheck und ich denke, das mag überraschen, was wir jetzt hier sehen, denn die Gewinne sind förmlich explodiert und sie verharren jetzt auf einem hohen Niveau. Und der Aktienkurs suggeriert hier was ganz anderes. Ich mache jetzt auch nochmal den Gewinn, bereinigten Gewinn rein. Die unterscheiden sich auch etwas, aber wir sehen hier bei beiden, dass wir Rekordgewinner haben, dass der Aktienkurs aber das nicht nachvollzieht. Und deshalb kommen wir auf KGVs, die entsprechend niedrig sind, auf 5 bzw. tatsächlich unter 5. Zu Lenovo ist vielleicht noch interessant, die Unternehmensstrategie, wenn wir in die Segmente reingehen, da sehen wir, dass die Intelligent Devices Group, das ist eben die Hardware, wo unter anderem auch PCs, Laptops etc. drin sind, den größten Umteil ausmacht, sind aber auch stark bei dem Internet der Dinge. Was haben wir da? Kühlschränke, Fernseher, Wecker, alles was sich halt noch so verknüpfen lässt mit dem Internet, da sind sie auch stark. Und dann haben sie jetzt hier noch ein neues Segment ausgewiesen, neu im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr, zum Ende März übrigens. Und das heißt Solutions and Services Group, das sind Dienstleistungen und die sind auch am Margenstärksten und hier will Lenovo auch wachsen. Das ist so ähnlich wie das, was Apple geschafft hat oder was Xiaomi auch versucht, den Services-Bereich auszudehnen. Stehen hier noch relativ am Anfang, aber denke ich hat definitiv auch Potenzial. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir mal, ob die Dividende sicher ist und da würde ich mal einen Haken dran machen. Wenn man hier die Gewinne anschaut, da hätte man ja die Dividende noch deutlich stärker steigern können. Gehen wir auch auf den freien Cashflow und hier ist die Dividende auch locker gedeckt. Da kann man also einen Haken dran machen, so einen starken Haken, weil es aus den laufenden Erträgen die Dividende bereits gedeckt ist, dass man eigentlich gar nicht die Bilanz anschauen müsste, um zu schauen, ob die Portokasse reicht, bezüglich der liquiden Mittel, um die Dividende zu sichern. Freier Cashflow liegt bei 3,8 Milliarden Hongkong-Dollar oder was ist das? Ist auch egal, weil wir uns in der Relation sehen, Cash und Wertpapiere liegen bei 30 Milliarden, also die Dividende ist locker gedeckt. Und das sind ja immerhin mal knapp 6 Prozent. Gucken wir mal, ob die Aktie auch unterbewertet ist. Ja, natürlich ist sie unterbewertet, wenn wir hier das durchschnittliche KGV, wir nehmen ja das Bereinigte von 11,3 sehen und die Aktie hat momentan ein KGV von 4,8. Das ist selbstverständlich eine Unterbewertung anzunehmen von dieser Aktie. Ich lege mal den fernen Wert drüber und noch ein bisschen hier verlängern. Und dann sieht man, hier hat es hier ganz gut gepasst. Hier gab es mal Verluste. Warum? Sowohl beim bilanzierten Gewinn gab es hier auch mal Verluste, der ausgewiesen wurde. Das sieht man übrigens auch immer hier. Was man hier noch wissen muss, ist, dass die operativen Margen relativ schwach sind. Also wir haben momentan Rekordmargen. Operative Margen liegt aber trotzdem nur in Anführungszeichen bei 4,7 Prozent. Und ab und zu ist es sogar negativ gewesen und die Nettomarge ist dann nochmal etwas drunter. Und wenn die natürlich negativ ist, dann heißt das nichts anderes, als dass wir hier Verluste haben. Auch beim Gewinn pro Aktie und Verluste ausweisen. Es kann sich also relativ schnell drehen, sage ich mal. Wenn die Margen eng sind, dann kann es tatsächlich sein, dass man dann natürlich doch mal wieder Verluste macht. Der Gewinn ist aber, der starke Gewinnanstieg ist aber auch aus einer Kombination aus höheren Margen und stark steigenden Umsätzen, auch im Zuge von Corona, wie ich schon sagte, zurückzuführen. Man kann also auch mit niedrigen Margen richtige Gewinnschübe haben und das ist bei Lenovo passiert. Und was jetzt hier eben das Interessante ist, das ist, dass wir hier eine Schere haben zwischen dem Aktienkurs, dem hier und dem fairen Wert. Jetzt kann man sich überlegen, wie stark man das nach unten korrigieren möchte. Kann man sich das Wachstum angucken, das prognostizierte Wachstum auf den bereitigten Gewinn. Und da haben wir hier Nullnummern erstmal, wir haben hier kein Wachstum mehr und erst nach hinten raus soll das Wachstum wieder anziehen. Was bezahlt man von Unternehmen, das erstmal kein Wachstum mehr hat? Naja, wenn es so eine hohe Dividendenrendite hat und dann tut das ja erstmal entschädigen. Vor allem dann auch, wenn sie sicher erscheint, dann entschädigt es ja erstmal für eine gewisse Stagnationsphase. Und da kann man dann auch immer noch, 98 ist jetzt falsch, aber wenn wir jetzt mal stark nach unten korrigieren, haben wir immer noch ein sehr hohes Renditepotenzial, wie wir hier aufs Jahr, aufs nächste Geschäftsjahr von 37%. Also hier kann man ein bisschen mit rumspielen. Hier geht es auch darum, glaubt man daran, dass Lenovo das hohe Gewinnwachstum, nicht das hohe Gewinnwachstum, aber die hohen Gewinne beibehalten kann. Also das hier in dem Fall würde ich sagen, beziehungsweise das hier in diesem Fall wäre es definitiv ein interessantes Investment. Oder glaubt man, dass der Gewinn bedroht ist, was wir auch schon gesehen haben durch niedrigen Margen, weil wir beispielsweise nochmal Lieferschwierigkeiten haben sollten, weil wir in eine richtige Rezession reinrutschen. Das wiederholt sich auch zu Stanley, Black und Decker. Das ist natürlich ein allgemeines Thema, immer die Rezessionsängste, Lieferkettenproblematiken etc. Wenn wir das hier positiv sehen bei Lenovo, dann aus meiner Sicht ist die Aktie definitiv attraktiv. So, kommen wir zur Nummer 3. Und die Nummer 3, die wäre Securitas. Das ist jetzt ein Unternehmen, wir haben hier drei unterschiedliche Länder. Aus Schweden, vorher waren wir in Hongkong, also China. Es gibt auch viele Leute, für die ist China ein absolutes No-Go, was ich auch verstehen kann. Bei Securitas, die haben übrigens was mit Stanley, Black & Decker zusammen, operativ. Die haben nämlich von Stanley, Black & Decker jetzt erst ein Segment abgekauft. Da geht es um elektronische Sicherheit. Securitas ist ja ein Sicherheitsunternehmen, kennt viele sicherlich. Dann in erster Linie aber über Wachleute, denen sie mal über den Weg gelaufen sind. Hoffentlich keine unangenehmen Erfahrungen gemacht als Einbrecher, als ertappter Einbrecher. Die bieten also Sicherheitsdienstleistungen an, sowohl über Personenschutz, aber die installieren auch die Sicherheitselektronik. Und da haben sie bei Stanley, Black & Decker für, muss ich mal gucken, 3,2 Milliarden, was abgekauft. Das Segment hieß Stanley Security und das gehört jetzt zu Securitas. Und da dachte ich, ist ja auch mal interessant, wenn wir die halt nehmen. Und weil wir auch einen Grund haben, denn hier im Dividendenturbo haben wir jetzt momentan eine Dividendenredie von 4,7%. Und so viel gab es auch schon länger nicht mehr. Gab es schon in der Vergangenheit, hier im Jahr 2013. Hier wurde die Dividende nicht gekürzt, sie wurde unregelmäßig ausgezahlt im Rahmen von Corona. Und hier summieren wir immer die Dividenden der letzten zwölf Monate. Das habe ich dir hier mal eine hässliche Lücke, aber nicht irritieren lassen davon. Hier ist ein solider Dividendenzahler. Das sieht man dann auch hier, wenn man das quasi immer aufs komplette Jahr zuordnet und nicht immer nur die letzten zwölf Monate, Monat für Monat nimmt. Das sieht man hier, dass wir eine Dividendenkürzung zwar haben, auch als Reaktion auf Corona, wo dann auch Gewinn eingebrochen ist. Die machen ja auch beispielsweise Sicherheit für Flughäfen. Und da ist ja dann auch der Flugverkehr eingebrochen, ist dann auch naheliegend irgendwo, dass dann da auch der Gewinn in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Dividende wäre immer noch finanziert gewesen, wenn man sie nicht gekürzt hätte. Aber das ist halt die Dividendenpolitik, die sich dann auch entsprechend eben anpasst. Wenn dann der Gewinn nach unten geht, dann wird auch die Dividende dann ein bisschen gekürzt. Aber wir sehen, dass sie sich wieder in die richtige Richtung entwickelt, das Ganze. Und dass wir jetzt wieder eine Dividende haben, die ja auf leckere 4, was war es? 7% glaube ich kommt. Ja, 4,7%. Genau. Also die Dividende, ist die Dividende sicher? Da muss man jetzt, Antwort 1, sie ist gedeckt, ja. Und es sieht auch so aus, als ob sie weiter gedeckt ist. Ist die Dividende in der absoluten Höhe sicher? Da erstmal, nein. Sobald die Dividende, sobald die Gewinnentwicklung leicht negativ ist, kann es auch sein, dass die Dividende leicht gekürzt wird. Gut. Wer damit jetzt erstmal kein Problem hat, für den könnte Securitas interessant sein. Wir gehen jetzt, hier hat es eigentlich keinen Sinn, da jetzt noch so in die Bilanz zu gucken, weil wir ja bereits wissen, dass die Dividenden auch gekürzt wird, selbst dann, wenn sie gedeckt ist. So, gucken wir mal, was die gesamte Dividenden, oder das gesamte Renditepotenzial hergibt bei der Aktie. Und da ist auch immer mal interessant, wenn man so ganz rauszoomt. Man sieht, dass es eigentlich jetzt kein so tolles Investment war. Auf die letzten 20 Jahre war es ein Zeitwärtsläufer und die Rendite inklusive Dividende aufs Jahr, die lag dann bei 2,5%. Könnte trotzdem jetzt interessant sein zum Anstieg, weil A, hohe Dividendenrendite und B, wir jetzt wieder einen reduzierten Einstandspreis haben. Die hat schon 167 schwedische Kronen gekostet. Momentan gibt es die für um die 95 schwedische Kronen. Ja, da gucken wir einfach mal hier, was der Gewinn sagt. Und man sieht ja schon, dass man ein Gewinnwachstum hat. Und das, naja, wir hatten hier Phasen gehabt, wo eine relative Seitwärtsbewegung war. Da hat auch der Aktienkurs sehr unbefriedigend reagiert. Wir hatten aber auch KGVs gehabt hier in der Vergangenheit, die lagen bei über 20. Also hier bei KGV bei 22, 25. Da war die Aktie wohl einfach etwas teuer für das noch relativ zeitwärts laufende Wachstum oder die Stagnation, sodass die Aktie erstmal korrigieren musste. Momentan sind wir weit weg von den 22 der Vergangenheit. Momentan liegen wir bei 8. Und das ist schon sehr günstig. Und wir haben auch hier wieder so eine Schere, wie wir sie auch hier gehabt hatten bei Lenovo, das wir auch haben bei Lenovo, wo der Aktienkurs nach unten geht. Der Gewinn aber nach oben läuft und das könnte schon eine interessante Einstiegsgelegenheit sein. Also 8 ist relativ niedrig. Schauen wir uns mal an. Da müssen wir ein bisschen reinzoomen, wie es um das Wachstum bestellt ist bezüglich des bereichenden Gewinns. Und dann haben wir hier erstmal ein sehr niedriges Wachstum nach Phasen wieder eines hohen Wachstums, wo war auch Aufholpotenzial oder Aufholung gewesen durch Corona mit einem Wachstum von 3,5%. Und hier jetzt sollten wir dann ein Wachstum nach der Analysten von 9,5%. Und dann soll es wieder abflachen. Aber ich glaube, da ist zu viel, da wissen wir gar nicht, wie viele Analysten das überhaupt noch schätzen. Hier sind es noch 10 Analysten, hier sind es 11 Analysten. Dann würde ich nämlich sagen, das lassen wir lieber weg. Und dann gucken wir mal, was der faire Wert sagt, beruht auf dem, nein, der heiligte Gewinn. Und das ist der hier. Und da sieht man ja nochmal wieder diese Schere. Und jetzt kann man wieder nach unten korrigieren und zum Beispiel sagen, ja, mehr als die, mehr als 10, 10-fache von, also 10, KGV von 10 möchte ich nicht bezahlen. Dann wäre auch hier eine relativ hohe Renditeerwartung immer noch, die übrig bleiben würde. 34% aufs Jahr, davon wieder so knapp 25, 25, zwischen 20 und 25% durch die Dividende. Also auch hier wäre das relativ interessant für den Einstieg, nicht nur aus Dividendensicht, sondern auch vom Kursaufholungspotenzial. Und das ist, glaube ich, jetzt das, was man auch mitnehmen kann. Wenn wir nach, wenn wir Qualitätsaktien haben, also es gibt Aktien, die haben ein deutlich schlechteres, fundamentales Bild als die drei, die wir uns eben angeguckt haben. Und wir sehen, dass die eine hohe Dividendenrendite haben. Dann haben wir meistens auch ein hohes Renditeaufholungspotenzial, weil der Aktienkurs einfach so dermaßen unter die Räder gekommen ist. Und das ist bei allen drei Aktien, denke ich, der Fall. Jetzt wird mal für mich interessant, was ist denn für euch der Favorit? Und meinen würde ich nicht verraten, vielleicht verrate ich Ihnen dann in den Kommentaren, schreibt euren Favorit einfach in die Kommentare rein. Und ihr habt auch oft Analysen, bei Securitas ist jetzt keiner, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Stanley schaut, da haben wir zum Beispiel fünf Analysen. Kann man hier mal angucken, hat Lenovo Analyse, hat auch zwei Analysen, könnt ihr auch mal anschauen. Und dann redet ihr nochmal ein paar Zusatzinformationen zu der jeweiligen Aktie, wenn ihr nicht unbedingt selbst tiefer graben wollt in die Investor Relations rein. So, das soll es an der Stelle mal gewesen sein. Ich hoffe, es war etwas Inspirierendes für euch dabei. Danke für das Zuschauen und könnt auch gerne sagen, ob euch das Format gefällt. Da mache ich auch gerne mehr, weil von Dividendenaktien mit Rabatt, weil es gibt, wie ich schon sagte eingangs, so viele Aktien, die eine außerordentlich hohe Dividendenrendite momentan haben, dass man das ohne Probleme fortsetzen kann. So, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.